Let's just start. Ich wach morgens auf. Scheiße, ist ja jetzt Corona-Krise. Was sollen wir machen? Ich räum die Bude auf. Wir können am Album arbeiten. Wir haben uns bei Wondering Star immer gedrückt. Wir dachten auch immer, das wäre ein Joke. Ich hab mir das mit den Autokinos jetzt mal durchgelesen. Das finde ich so scheiße. Ich würde niemals in einem Autokino spielen. Wenn da wirklich richtig Sound wär. Das dröhnt, dass die Scheiben wackeln da von den Autisten. Aber so ist das für mich, kommt das gar nicht in Frage. Are you ready for the sound of Scooters? Da war er schon Diktator. Backstage gelten die Scooter-Gesetze. Wenn der H.P. Bartzmann ausruft, dann müssen halt alle mitkommen. Das ist halt die Jugend von heute, die können das nicht mehr so ab. Wir sind vielleicht nicht die begnadeten Songwriter. Wir haben halt andere Talente. Sachen zu remixen, was mir immer wichtig war. Immer so einen Witz reinzubringen, als sei es etwas ganz Bedeutsames. Und in Wirklichkeit ist es Nonsens. Das geht so schnell. Lyrical Miracle. Why them call me... Bim Bam. Wenn jemand auf mich zukam, wusste ich nie genau. Ist das ein Fan? Oder macht der gleich einen blöden Spruch? Das habe ich ihm auch gesagt. Ja. Ja.